Ich heiße Peter Latham. Was wollen Sie? Ich will Ihnen die Hand geben. Das tut man doch, wenn man sich vorstellt. Sehr erfreut. Kommen Sie, gehen wir. Es begann während eines Urlaubs in Griechenland. Eine zufällige, unkomplizierte Begegnung. Aber erst in New York fängt es richtig an. Wenn Isabella Latham ihre Tante ist, dann ist ihre Frau Mutter demnach eine, eine Hohenhauser. Ist sie auch. Warum starren Sie denn meine Mutter so an? Oh, Verzeihung. Sie erinnert mich an eine Frau, die ich in Griechenland getroffen habe. Er ist ein Hohenhauser. Meinst du damit, er mag keine Frauen? Ach. And there is love in every moment of your life, in every hour of the day, in every season of the year, in every corner of the world. Er ist ein Hohenhauser. Er ist ein Hohenhauser. Er ist ein Hohenhauser. Er ist ein Hohenhauser. Untertitelung des ZDF, 2020